Ah ja, kommt nicht, kommt auf jeden Fall nicht mit da mit und sieht mit Windows, nope, da hält es auch nicht mit. In Ordnung. Ich glaube, unsere Tage wird allmählich ein bisschen voll. Handelspapiere. Der Geschäftsbereich erweitern möchte. Okay, ich kann kurz was mitnehmen. Heinen Codex Eintrag, das kriegen wir auch nicht geöffnet. Aua! Fuß, lasst meinen Fuß da raus. Na also. Aua. Ich habe das Gefühl, das wird gleich Ah Wer ist dieser Mann und was hat ihm angetan? Er ruht sich nur aus Natürlich Der arme Kerl war sehr müde Ihr wollt euch uns doch sicher auch anschließen Möchtet ihr euch nicht einfach hinlegen und das alles vergessen Alles hinter euch lassen Wieder eingefroren Das ist lächerlich Ich lege mich noch nicht auf einen Boden, der voller Blut und klebrig ist Widersteht Ihr müsst widerstehen Sonst sind wir alle verloren Warum kämpft ihr dagegen an? Ihr verdient mehr Ihr verdient eine Ruhepause Die Welt dreht sich auch ohne euch weiter Oh Trägheit Das muss ein ziemlich krasser Trägheitsdämon sein, wenn er uns einmal ganz kurz Wenn er ganz kurz mal sowas machen kann Ich würde mal sagen Wir sind am Träumen Danken Wächter Wächter Moment mal Du bist tot Tod? Ich? Ich stand oft kurz davor Aber den letzten Schritt bin ich nie gegangen Ich wollte nur sicherstellen, dass du hier in Weishaupt glücklich bist Diese Hallen wurden von den ersten grauen Wächtern erbaut Atemberaubend, nicht wahr? Was passiert, wenn wir mal kurz mit der Fantasie mitspielen? Eine wunderbare Festung Sie wird ein Mahnmal jener Zeit sein, in der die grauen Wächter den Kampf gegen die dunkle Brut führen mussten Hört sich an, als wenn die dunkle Brut gar kein Problem mehr wäre Die dunkle Brut existiert nicht mehr Du warst bei der letzten großen Schlacht doch dabei Natürlich Es war ein Triumph für uns alle Der Erzdämon wurde besiegt und die unterirdische Höhle in Brand gesetzt Was sollen wir die grauen Wächter jetzt tun? Wir spielen mal die Fantasie mit Mal schauen, was dann passiert Habe ich noch nie getan Die grauen Wächter bewahren nun die Geschichte Wir werden von dieser unruhigen Zeit erzählen und singen Damit andere sich darüber freuen können, dass sie vorbei ist Ah Wir können an unsere Fantasie nicht hingeben Das klingt ja langweilig, für mich ist das nichts Du Narr Ich habe dir so viel gegeben Und das ist jetzt der Dank Okay, wir kommen da so oder so nicht drum herum Kannst du nicht an den Frieden annehmen, den ich dir biete? Ja Du bittest Selbstzufriedenheit und nicht Frieden Okay, ich könnte es nochmal versuchen Probieren wir es mal anzunehmen Ja Wir können jetzt ruhen und voller Stolz auf unsere Erfolge sein Ja Willst du mit mir über irgendetwas reden? Okay, wir können einfach nur so ausbrechen Das stimmt nicht Dich stellen wohl wirklich nur Krieg und Tod zufrieden Nun gut Hier sind Krieg und dunkle Brut Mögest du dabei untergehen Gut, es gibt also keine Komm Zuerst den Magier Immer zuerst den Magier Dann den verkackten Bogenschützen Du kommst her Was meinst du, was du hier machst? Lass das Stirb Wir wollen uns ja richtig durch Spielen wir wirklich aufs Schwer? Der Gedanken, dem du begegnest, ist zwar nur ein maskierter Dämon Du bist im Nichts im Reich der Träume und musst einen Weg herausfinden Das ist Lüge, um einen zu heilen und solche Sachen Also ganz praktisch Ah Was nichts Wir werden hier acht Stunden drin sitzen Aber hey, dann können Traditionen gewagt werden Jetzt müssen wir nur dafür sorgen Dass der ganze Ton, dass die ganze Moderationsspur verloren geht bei der Aufnahme Und Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Seid ihr ein Dämon? Und die Nachdenkunft sind dann Asynchronis Nein, seid ihr nicht Ihr seid wie ich Mein Glückwunsch, dass ihr es aus der Falle geschafft habt Ah Natürlich Ich dachte, ich wäre auch entkommen Aber ich durchwandere diese leeren, grauen Räume schon ein Leben lang Ihr seid ein Mager des Zirkels Ja, bin ich Mein Name ist Nihal Ich wollte den Zirkel retten, als ich dem Dämon der Trägheit begegnete Eure Erfahrungen mit ihm verliefen sicher ähnlich Owain sprach von euch Owain hat mir sehr geholfen Das kann ich ihm nie im Leben vergelten Die Litanei war unsere Waffe gegen die Herrschaft der Blutmagier Aber es ist zu spät Alle sind tot Warum sind hier überall so viele Blutmagier? Ich weiß nicht Sie müssen es insgeheim betrieben und sogar andere ausgebildet haben Ich kannte diese Leute Vertraute ihnen Die Litanei war unsere einzige Hoffnung zur Rettung des Zirkels Aber jetzt Dieser Ort saugt einem alles ab Hoffnung Gefühle Das Leben Es ist nicht zu spät, ganz sicher Nein, es gibt keinen Weg hier raus Man denkt, es müsste einen geben Aber das ist ein Irrtum Seht ihr dieses Podest? Ich habe die Ruhnen darauf studiert Sie stehen für verschiedene Inseln im Reich des Dämon der Trägheit Der Dämon der Trägheit selbst ist auf der Mittelinsel Aber man kann sie nicht erreichen Die fünf Inseln um das Zentrum herum bilden eine Art Schutzkreis Als mir das klar geworden ist, dachte ich, ich hätte etwas erreicht Ich habe nacheinander jede der Inseln besucht Und am Ende waren all meine Hoffnungen zerstört Immer gibt es ein Hindernis Ihr seht den Pfad, könnt aber nicht zu ihm gelangen Ihr fühlt euch verhöhnt und werdet wütend Können meine Gefährten auf einer der Inseln sein Ich, ich weiß es nicht Es gibt viele Träumer Ihr könntet einen Weg finden, sie über die Inseln zu erreichen Wenn ihr Glück habt Erzählt über den Schutzkreis Ich weiß nicht viel darüber Ich denke, der Dämon der Trägheit hat auf jeder der Insel niedere Dämonen platziert Ich habe sie gesehen Sie nehmen unterschiedliche Formen an Aber sie sind da Sie zu besiegen, könnte der einzige Weg sein, zum Dämon der Trägheit zu gelangen Aber zuerst müsst ihr an sie herankommen Ich, ich konnte es nicht Ich hatte zu viel Angst Ihr hattet Hindernisse erwähnt Ja, es gibt Hindernisse und wahnsinnige Traumdinge Ein brennender Fluss vor einem Portal Oder eine Tür, durch deren Schlüsselloch ihr die Freiheit seht Doch kein Schlüssel passt Also ein einfacher Albtraum Einmal habe ich einen Weg gefunden Kleiner als mein Oder wir mitleiden Er wird uns nicht einfach gehen lassen Ähm Wenn überhaupt Dem Dämon, der uns hier festhält Okay Was auch immer du sagst Spiel Ähm Warum habt ihr das getan? Hm? Warum habt ihr das getan? Genau Mäuse sind scheue Kreaturen Selbst wenn es eigentlich Menschen sind Fast jeder, den ihr hier seht Ist irgendwie ein Träumer Jeder Träumer weiß etwas Was ein anderer nicht weiß Die Maus hätte mir sagen können Was hinter dem engen Weg liegt Und wie ich dort hinkomme Auch wie ich mich so klein machen könnte Um selbst hindurch zu passen Und wenn man einmal klein genug für einen Weg ist Tun sich ja vielleicht noch weitere auf Wir müssen also die Maus finden Was wirst du bei dem Dämon der Trägheit? Nicht viel Wir sind nicht gerade Freunde Dämonen haben eigene Hierarchien Sie spielen ihr Spiel Und die Sterblichen sind darin Fender oder sogar Verhandlungsgegenstände Dem Dämon, der uns hier festhält Gehört vermutlich dieser ganze Abschnitt des Nichts Er wird uns nicht einfach gehen lassen Wenn überhaupt Hm Ich warte jedenfalls nicht auf den Tod Euch beeindruckt wohl gar nichts Soll ich euch dafür bewundern oder bemitleiden? Nach beides Willkommen zurück Lasst euch nicht aufhalten Speichern Können wir noch was quatschen? Ich hätte nie gedacht, dass es so endet Ganz allein An diesem kalten, verlassenen Ort Denkt noch ein wenig darüber nach Ich bin jetzt nicht allein Äh, sind denn Blutmager für alles verantwortlich? Aldred hat das alles geplant Auf Aldreds Vorschlag hin Wollte der Zirkel sich mit Loghain verbünden Doch dann wurde der Verrat des Terran bekannt Aldred hatte Ausflüchte Aber wir ließen sie nicht gelten Er geriet in Panik und wollte fliehen Aber Irving hat es nicht zugelassen Was hatte Irving vor? Ich weiß nicht So weit kam es gar nicht Ich war nicht bei der Sache Solche Treffen sind meist langweilig Und das Ergebnis steht ohnehin bereits vorher fest Aber wie hat es angefangen? Aldred hat einen Energieblitz gewirkt Der uns alle gegen die Wand geschleudert hat Da bin ich aufgewacht Es war bestimmt ein Signal Denn plötzlich kam eine Gruppe von Magiern in die Kammer gelaufen Dann habe ich zum ersten Mal gesehen Was Blutmagie anrichten kann Es war Als entlade sich der Zorn des Erbauer selbst über unseren Köpfen Aber wo kommen die Abscholligkeiten her? Dazu wollte ich gerade kommen Aldred muss sich auch mit Dämonologie beschäftigt haben Als der Kampf losbrach Versuchte er etwas zu beschwören Irgendwelche Wesen Sie überwältigten ihn Und als sein Schrein erstarb War Aldred Verschwunden Klingt nicht sehr angenehm Ich bin sicher Das wünscht er sich inzwischen Aldred wurde zu einer Abscheulichkeit Als ich das sah Rannte ich um mein Leben Ich dachte, ihr wollt den Zirkel retten Ich war in Panik Als ich mich beruhigt hatte Dachte ich daran Was passieren würde Wenn Dieses Ding Es nach draußen schaffte Ich versammelte einige meiner Freunde Und wir holten die Litanei aus dem Lager Ich dachte Wenn die anderen ausgeschaltet wären Könnten wir uns auf Aldred konzentrieren Aber Meine Freunde fehlen Einer nach dem anderen Und nun bin ich an der Reihe Was wisst ihr über die Litanei von Aldralla? Nicht viel Sie hindert Blutmagier daran Euren Geist zu übernehmen Ich weiß nicht mal wer oder was Aldralla ist Ihr müsst jemanden fragen Der sich besser auskennt Erzählt mir mehr über diesen Ort Wobei könnte ich euch Eurer Meinung nach helfen? Ich möchte über die verschiedenen Inseln reden Wenn ich euch helfen kann Werde ich es tun Was möchtet ihr wissen? Erzählt mir etwas über die Invasion Der dunklen Brut Die verfluchten Runen Bezeichnen sie richtig Überall ist dunkle Brut Ich konnte hinter die dunkle Brut Und die Flammen sehen Dort ist ein Templer Und er ist dem Tode nah Ich konnte nicht zu ihm Die Feuer versperren den Weg Was meint ihr mit Sehen? Mit der Zeit kann man hinter die Lügen sehen Sogar hinter die Mauern Je mehr ich verzweifle Desto klarer scheint alles zu werden Ironisch nicht wahr? Der brennende Turm Die Dämonen lieben die Flammen Ich konnte die Schreie des Träumers hören Der dort gefangen ist Egal welchen Weg ich gewählt habe Er war durch Feuer versperrt Es war wirklich wie in einem Albtraum Aber damals hatte die Maus dort Schutz gesucht Sie muss Wege gefunden haben Die uns verborgen sind Der Magierbrecher Oh Ich habe diesen Ort verlassen So schnell ich konnte Aber wenn ihr einen Weg finden könntet Euch immun gegen das Feuer zu machen Und der Albturm ist ein plass Die schwachen Hoffnungsschimmer Die ich noch hatte Wurden dort verschlungen Dämonen, Bestien und Barrieren aller Art Ich denke der Dämon Der dort herrscht Steht in der Hierarchie direkt unter dem Dämon der Trägheit Na gut, siehste wichtig Gut, beachtet mich einfach gar nicht Ich bleibe einfach hier sitzen Und warte auf mein Ende Das wäre alles Lasst euch nicht aufhalten Jetzt kommt der ganz große Spaß Wer dürfte das verkackte Nichts kämpfen Also wir sind nicht physisch um Nichts Wir pennen gerade So können wir nicht öffnen Das ist das Podest Ein Träumer verhindert, dass das funktioniert Okay, wir können das Podest gerade nicht anfassen Das heißt, wir können durch das Portal gehen Genau so wird es geschehen Genau so wird es geschehen Die Maus Das ist ein Dabstobermörder In Ordnung Maus Über das Menü Formen Und im Nichts kann man unter unterschiedlichen Gestalten umgewählt Und während du dich in Nichts befindest Jede Gestalt hat individuelle Stärken und Schwächen Die Mausgestalt ist schwach und für den Kampf ungeeignet Aber du kannst dann sehr gut schleichen Und passt durch jedes Mauseloch Da ist ein Mauseloch Und hier oben ist nix Okay Ach ja, das ist nichts Das ist was Unheimliches Bauwerk Wie ihr wünscht Jetzt erreichen wir gerade nicht Pieps Modus aktiviert Pieps Modus deaktiviert Präzise Schläge So, fuck Okay, wir nehmen doch schon Schaden Verstohlenheit Ich weiß nicht, wie Verstohlenheit funktioniert Looten können wir natürlich nicht Beunruhigende Statue Hinter dem Schleiergeist und Dämonen Ach du Scheiße Jetzt bist du normalerweise runter Und jetzt den Rest Ah ne, jetzt bist du bis zum Allgemeinen runter Und jetzt den Rest Weiter geht's Theoretisch müssten wir jetzt eigentlich Gar nicht mehr kämpfen Jetzt wo wir die Mausgestalt haben Ich wollte gerade speichern Dafür brauchen wir einen anderen Schlüssel So, der Vorteil Wenn man das nicht recht früh macht Wir profitieren noch ganz schön fast Von den ganzen Essenzen Die wir finden können Ähm, ja Quavenstreich Komm her Lass das So, guten Tag Lyrium Das war durch Zuhafiges Benutzen Für zur Sucht Und all derartige Sachen Die den Templern immer passieren Also unsere Mode Die ist gerade deaktiviert Aber da macht man nichts Gut, da können wir schon was machen Aber Die müssten wir nächstes Mal wieder aktivieren Wenn wir die Form wandeln Irgendetwas ist geschehen, nicht wahr? Ihr seht ein wenig verändert aus Was ist geschehen? Bin zu einem Maus geworden Wirklich? Hat euch das weitergeholfen? Ich weiß, dass ich diese kleinen Löcher gesehen habe Wart ihr klein genug, um dorthin durchzuschlüpfen? Es war ganz leicht Ihr seid viel mutiger als ich Ich war mir so sicher Dass es unmöglich ist Irgendwo hinzukommen Denkt ihr, ihr könntet lernen Andere Formen anzunehmen? Vielleicht könnte euch das helfen An Orte zu kommen Die ansonsten unerreichbar wären Ja, unerreichbare Orte Können wir jetzt Der Träumer Ja, der Träumer hat eine andere geprobt Brennerturm Magierbrecher Alpsmuth Templars Inversion der dunklen Brut Wo gehen wir zuerst hin? Wir gehen zuerst hin Inversion der dunklen Brut Das ist unser Element Das ist auch so ein schöner Dienstag Und für das Mauseloch Gehen wir zuerst mal nachschauen Bevor wir irgendwas anderes machen Wieps, 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 wieps Ah, sieh an Ist viel hier hinten Wieps, wieps So, wohin führen die Dinger wohl Dieses Mauseloch führt zu diesem Mauseloch Dieses Mauseloch führt Irgendwohin Gehen wir jetzt mal das irgendwo überprüfen Hier brennen Dinger So, und dann hier ein Gegenangriff Das ist das Okay Dann ist doch das mal passiert Alter Ah, gut Wieps Modus aktivieren Gut, ohne Verstohlenheit sind wir natürlich schneller Das wird's unglücklich Ich will das speichern Wir sollten das Feuer nicht berühren Genau so wird es geschehen Okay, hier ist Feuer, kommen wir nicht durch Aber das ist nur eine Tür Ich würde auch immer in einen größeren Raum Dann ist Magier Immer zuerst den Magier ausschalten In Ordnung So, das ist jetzt der ruhig Dann kann er den Gegenangriff abkriegen Und jetzt aktivieren wir die präzigen Schläger Wir machen es langsamer, wie ich feststelle Zurlassende Angriffe Aber eine erhöhte Chance auf Treffer ist immer eine gute Sache Da kommen wir nicht durch Aber hier können wir mal kurz durchfiepsen Wieps Lass das Und lass das Dieser Raum bietet nichts für uns Wir würden auf jeden Fall gute Erfahrungen leveln können hier Hier wird gespeichert Automatisch Ich verstehe So, greif ab Zwaraffenstreich Greif den ab Ich bin erfreut Ja, aber die haben wir halt Magier dabei Wer ist das wohl lassen? Sicherungsschlag So, das steht Der Templergeist ist am Leben bleiben Sie sind fort Ihr habt es geschafft Ihr habt sie getötet Ja Aber nicht alle Ihre Anführer sind hinter der unzerstörbaren Zür Ich gebe euch meine Weisheit Sie lässt euch sehen Und jetzt erwache ich Jetzt können wir unsichtbare Türen sehen Ich verstehe Ähm, das kann man weg Dann kommen wir in den Abfolgung Der Templer hatte die Fähigkeit zu verlegen Die Geistergestalt anzunehmen In der du Dinge siehst Die normalerweise nicht erkennen kannst Alles klar Das Podest haben wir hier Wir haben aber noch nicht den ganzen Abform hier durchsucht Da kommen wir nicht durch Da ist die unzerstörbare Tür Dann haben wir diese Automatik gespeichert Und dann hier den Gegenschlag Wir müssen uns definitiv mehr Willenskraft geben Uns auch viel mehr Willenskraft